Der Begriff Heterogenität lässt sich nicht eindeutig definieren. Er umfasst allgemein Verschiedenartigkeit, Uneinheitlichkeit und Ungleichheit. Heterogenität bezieht sich also auf die Unterschiedlichkeit oder Vielfältigkeit innerhalb einer Gruppe oder eines Systems. Heterogenität prägt das kulturelle Miteinander und erfordert Lernbereitschaft. Um für Fremdes offen zu sein und Verschiedenartigkeit als Chance zu nutzen, müssen zunächst Vorurteile abgebaut werden.